Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Sie nehmen sich Generale! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederverlässner, treulöser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verblühten! Sie sind Feiglinge! Verreich! Ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen ist unabhängig! Die Generalität ist der Geschmァß des deutschen Fusses! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, Weil sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär mal eine Aktionen nur behindert. Es hat mich gegen nur als mit Picken widerstand. Ich habe es weggelegt. Ich habe den Kump daran getan. Und jahre alle Höheroffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein ausmüchterstellt, ganz Europa erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Beruhig dich doch. Alle Befehle sind in den Wind gesprachen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Trick ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, dürfen Sie sich gewaltig. Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. A consummate display of brillant running and walking in this event. Second placeer, Hatem Gieler, now comes into the stadium. Und sie... Dann sind wir sie wohl. Dann sind wir sie wohl.